Ich bin seit über drei Jahren bei Lässig und leite die Abteilung Produktentwicklung. Wir haben so eine Art kleine WG, weil wir in einem anderen Gebäude sind, zusammen mit der Qualitätssicherung. Das ist klasse für unsere Produktentwicklung, da die Sicherheit der Produkte sehr am Herzen liegt und hier ist eine enge Kommunikation und ein enger Austausch super möglich. Lässig ist Programm. Es steht für Schnelligkeit, Nachhaltigkeit, Innovation, tolles Design. Ich habe mich von Anfang an bewusst für die Baby- und Kinderbranche entschieden. Für mich ist es die spannendste Zeit im Leben von jungen Menschen, wenn sie eine Familie gründen. Und da sehe ich auch Lässig in der Verantwortung, den Eltern Artikel und schöne Produkte an die Hand zu geben, wo sie sich auch sicher sein können, dass sie nachhaltig sind, dass sie eine tolle Qualität haben und dass das das Beste für ihr Kind ist. Mein Lieblingsprodukt aus der neuen Kollektion ist jetzt der Ocean Backpack. Das ist ein Wickelrucksack für die Eltern. Den gibt es dann auch noch in einem ähnlichen Design als kleine Version für die Kinder. Er ist aus nachhaltigen Materialien hergestellt, aus recycelndem Polyester und er hat ein wunderschönes Design. Ich würde sagen, jemand, der nicht innovativ oder nicht kreativ ist, wird auch gar nicht Produktentwickler. Man muss von Haus aus schon Neugier mitbringen auf neue Dinge. Man muss Spaß haben daran, Probleme zu lösen. Man muss brennen für das, was man macht. ...